Ja, hallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren kleinen Folge Shellshock Live. Mit dabei habe ich den Zwicky und den Leon und wir spielen heute eine kleine Challenge, die mir in den Kommentaren vorgeschlagen worden ist. Wir spielen Bewegen verboten und wir spielen auch zusätzlich noch mit limitierten Waffen. Ich würde sagen, fangen wir doch einfach mal an. Ich habe jetzt schon Spaß, was da los ist. Hallo Leon. Hallo. Wollen wir ansehen, was wir für Waffen haben? Wir haben doch dieselben. Achso, habt ihr auch eine MP5? Was? Ich habe sicher ohne Schisskunft. Ich dachte, wir haben immer dieselben Waffen. Nein, nein, wir haben aus dem selben Waffenpool, aber aus dem selben Waffenpool. Ich habe Paulquatten. Ich habe Felix Grattrohr. Ja, genau. Wir können schon unterschiedliche Waffen haben, so ist das jetzt nicht. Also es ist so schwer, sich nicht zu bewegen. Ja, ich habe echt meine andere Hand weit weg von der Tastatur. Winst du die auf dem Rücken fest? Okay, habe ich. Und jetzt? Äh, jetzt springe ich aus dem Fenster. Oh, muss ich aber aufstehen. Ja, das ist zu mir egal. Oh, der geht zu weit. Oh, nein, nein, das ist gut. Oh, der war nass, der war nass. Also, by the way, wenn einer von uns sich bewegt, muss Zwicky eine Strafe machen. Okay. Also, egal, ja? Nein, 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 das war nass, du bleibst aufstehen. Du wusstest, er hat eine Kategorie geklautzt. Schweine, oder? Ja, Jungs, könnt ihr mal aufhören, auf mich zu gehen, ihr Schweine? Ja, jetzt schon. Ich habe 88er-Quick gelandet, Zwicky, willst du mir was sagen? Dreckig, Alter, ihr seid richtig dreckig, ihr seid beide dreckig. Nee, ich habe mich vorhin ausgeduscht. Ich war gerade erst in der Dusche. Scheiße. Oh, 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 shit. Double damage, wenn da jetzt noch was trifft, bist du tot. Ist uns das jetzt abgeschmeißen? Nein. Ich hole mir das hier weg. Oh, shit, oh, shit, oh, shit. Oh, shit. Oh, 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 das tut weh. Ich habe genau gewusst, dass der zurückkommt. Das tut weh. Wieso habe ich mir drei Knüppel? Zwei, genau. Das tat weh, das tat richtig weh. Das tat aber echt richtig weh. Ich will da wegfahren. Stimmt. Ich muss ja noch skillen. Mein Skill ist ja noch auf null. Ach, deswegen warst du so schnell down. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ach, ach, ach. Okay. Kann einer mal kurz den anderen gegen den? Kann man mal besiegen? Ich will mal eben schon mal einen Skilltreme machen. Wenn man da rausgeht. Was? Sag mal, sag mal, sag mal, was? Sag mal, sag mal, was du? Der, der irgendwie was direkt am Anfang an dem gesagt hat. Ja, bitte, bitte, triff irgendwas. Ja. Da bitte. Du hast dich selbst getötet. Fast nicht. Sein Ding ist auf ihn zurückgesprungen. Alter. Ich habe wenigstens Damage gemacht, habe er weg geworden. So, werde ich wieder die Nummer 1 in Europa. Oh, ich habe meinen Skilltreme doch gemacht. Bin ich behindert? Ja. Oh, shit. Ich wäre fast gefahren. Ich wäre sowas von fast gefahren. Leider noch fast. Okay, der geht so fett Mothgear. Damit der nicht wieder so fährt. Au. Oh, shit. Der war knapp. Hey, wer, wer, wer hat da auf mich geschrot? Ja, das war Leon. Hm? Was? Hm? Das war's wirklich. Ich habe es doch im Chat gelesen. Nein, das ist gelogen. Okay, ihr töten euch da hinten selber und ich habe Spaß. Ach, du Scheiße. Was geht mit dem denn da, Alter? Ähm. Aha. Aha. Da hast du aber richtig Dusel gehabt. Ich weiß nicht wen, aber ich habe jemanden 15 Schaden gemacht. Ja, ja, dein Vogel ist bei mir vorbeikommen. Okay. Okay. Wer wird es, dass das Damage bekommen? Ja, ich muss dir eine schlechte Nachricht sagen. Ah. Was denn? Ah, Leon. Mein ich, sorry. 10 Point. Nein, 10 Point. Nein. Oh, so viele Grits. Ja, 132 Damage, die haben geschweifft. Ich habe gerade einen gewissen Drang, meinen Tank zu bewegen. Dein Tank zu bewegen? Nee, der Tank ist voll. Der kann sich nicht bewegen, der ist zu schwer. Hat der hier ein Erdbeer? Oh. Oh. Ja. Ich lebe. Ich lebe. Nein. Wirklich? Oh. Der hat nun nichts mehr. 4. Nee, was mach's, Alter. Nein. Ja. 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 Okay. 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 Okay, was mache ich? Muscatting over. Nee, wir machen die schönere Strafe. Die kommt am Ende vom Video. Blei dich noch ein. Oder schneid dich noch ein, was du für eine Strafe machen musst. Ja, am Ende vom Video. Denken wir uns noch aus. Ah, ich hasse mein Leben. Alter. Du warst ja so stimmig, ich bin ein Piliarder. Aber ich hasse meine Existenz, Alter. Ich hasse das Scheißspiel. Jetzt, weißt du, was ist das? Scheißspiel, nirg, ich glaube, ich bin eine Scheiße. Ey, du musst doch nur an eine Sache denken. Nicht bewegen. Ja, einfach nur sterben. Mann. Ich glaube, von da aus kann ich dich nicht treffen, ohne mich zu bewegen. Das ist gerade so ein bisschen mies gelaufen. Challenge accepted. Challenge accepted. Das willst du auch den Teleporter haben. Ja. Hi. Hi. Okay, 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 okay. Das könnte jetzt... So bewegt man sich, ohne sich zu bewegen. Das könnte jetzt interessant werden. I'm very smart. Schellschock durchspielen, ohne sich zu bewegen. Easy, Alter. Dein ich noch nicht. 40 Damage, okay. Gibt's neue Waffen? Gibt's neue Waffen? Nein. Machst du shit, ich spiel wohl. Basti, Alter. Okay. Swincki, hast du noch ein letztes Gebet, üblich? Ja. Lange lebe, am nächsten. Das ist auch nur 30 Damage bekommen, was war denn da los? Das ist sehr schwer. Wisst ihr was? Ich benutze jetzt hier, äh, den Grab, leg hoch und grab es, dass ich sonst will. Ne, ne. Ich benutze hier die Physik so. Oh, das wär's gewesen, Junge. Hast du gegen meine Wand geschossen, die da zufällig standen ist? Ne, ne, ne. Ich hab, äh, die Dabrikation vom Spartan Loch benutzt und damit... Ah, halt die Schnauze, Siegmar. Du kommst mit, Junge. Du kommst mit! Nein! Nein! Oh, das ist ein Unentschieden. Hat sich eigentlich meine Lassen. Ich war nicht vorbereitet, ja? Ich dachte nicht, dass einer von uns so dumm ist. Dankeschön. Dann müsst ihr mich jetzt hier runter machen. Ja, das mach ich doch gerne. Auf und beide auf mich zu gehen, ihr Schweine? Nö. Nicht? Antony, diese Waffe jetzt... Diese Waffe kann ich jetzt so schlecht kontinuieren, ja? Diese Waffe ist gesponsert bei, äh, это wirklich dumm halt. Meine Lache ist gesponsored bei Hexen. Wer hat da auf mich geschossen, aber hat nicht getroffen? So ein Lappen. Ich schieße jetzt auf 4. Ich schieße in die Luft. Töme Luft. Ich tue einmal auf Leon zu schießen, aber aus dem Wickel wird es echt schwer. Töte dich mal selber. Niiiice. Guck! Ohhhh! Gewillt habe ich den sogar nicht gedrückt, den Boy. Er spielt nicht. Oh nein! Diese Position ist disgusting! Okay, sag mir mehr! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Ich tue jetzt nicht vor. Ey! Ihr holt sie, holt sie, holt sie! Vielleicht wird demnächst einmal mein Grappling-Archdipier-Pack du es haben. Wird er es zählen, wenn ich da mit dem Jetpack hinflieg? aber trotzdem verbrauchst du dabei gas normalerweise ja aber das ist ein anderes gas die einzige möglichkeit der teleportation ja aber lügen darf man nicht aber bei der teleportation wird vielleicht auch gas freigesetzt darf ich mich jetzt nicht mal ich hab mich fast reingesprengt ich bin schon du brauchst nicht auf mich gehen guck mal wenn ich mich noch einmal ein bisschen hinschießt dann bin ich drinnen ja und spreng mich rein kommt ja mit der vögel noch damit dass ich das ding ich hasse nicht los hier benutzt die gravitation ich bin zur gravitation ich werde andere waffe aus die waffe ich habe ist scheiß wie es meine war meine waffe ist aus der map draußen gewesen und es ist auf einmal bei mir wirst du mich jetzt eigentlich echt verarschen okay leute das war's mit dieser kleinen folge shell shock live das ganze hat heute eindeutig swicky verloren weil er es nicht geschafft hat sich nicht zu bewegen was seine strafe ist ich habe mir überlegt dass ich die tage einfach mal ein video auf seinem kanal hochladen werden darf ich denke ja er darf sich entscheiden ob ich das machen darf ich würde mich freuen wenn du das machst wenn ich denke ich mir eine andere viel härtere strafe aus ich würde sagen ja schaut doch auf jeden fall mal bei die jungs vorbei und wir sehen uns das nächste mal wieder bis dahin und ciao